Sie haben die Anforderung, Ihr Werkstoffprüfgerät wie Schmelzindex oder Kapillariometer nach den Anforderungen der ISO 17025 zu kalibrieren? Dann sind wir der richtige Partner für Sie. Wir freuen uns, Ihnen heute mitzahlen zu können, dass wir die bestehende ISO 17025-Akkreditierung unseres Prüflabors und die des Kalibrierlabors erweitern konnten. Im Rahmen des Kalibrierlabors nach ISO 17025 haben wir nun die Möglichkeit, Ihr Prüfgerät normgerecht unter Verwendung von rückgeführten Messmitteln und Angabe der kleinsten Messunsicherheit zu kalibrieren. Diesen Service bieten wir nicht nur für Götford-Werkstoffprüfgeräte, sondern auch für PFEMG-Geräte an. Kontaktieren Sie jetzt unsere Kolleginnen und Kollegen im Service, um die Kalibrierung Ihres Prüfgeräts einzuplanen. Wir sehen uns über die Glühz. Okay, David. Drin.